Ist easy, aber bis jetzt ist das Spiel einfach. Ist einfach. Ja, ich chill jetzt hier bis drei, oder? Drück F4 und dann die Taste neben links. Aha, Digga, du bist so lustig, Alter. Marcel, Digga, Clown gefrühstückt. Ah, ey, schau mal, da ist Freddy, Leute. Totleben, 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 totleben. Okay, es ist schon ein Uhr, Leute. Okay, warte, ich muss mal kurz gucken, wie macht man nochmal die Tür zu? Ah, man muss gedrückt halten, dann kann man die Tür zuhalten. Okay, bis drei Uhr, bis drei Uhr können wir unsere Eier abchillen, Leute. Ich schau so lange in mein Lagerfeuer zu. Schon wie viel Uhr? Das ist Toy Freddy, oder? Warte, wer ist das? Ja, das ist Toy Freddy. Und er ist mein Freund. Er wird mir nichts Böses antun. Hey, 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 was höre ich da? Digga, ich höre langsam was. Ich muss mal meine Kopfhörerlaute machen. Das ist der normale Freddy, ich fick den normalen Freddy. Wenn der Eimer kommt, ich schuldig klatschen. Oh, die Musik geht aber aus. Ich habe Angst. Da hat es geklopft. Hallo? Hallo? Ich höre Schritte. Okay, drei Uhr. Oh, die Musik geht doch. Oh, die Musik geht doch. Oh, die Musik geht doch. Oh, das ist ja gut. Ich glaube, das war von rechts. Ich höre aber noch nichts. Danke für das Verlohren. Ey, ihr dreckigen Wichser, Alter! What the fuck? Digga, was zum... Junge, was? Junge, was war das, Digga? Schwede, Junge, Digga. Fick mein Leben, Junge. Bismillahirrahmanirrahim, Alter. Junge, was war das, Alter? Das war ja geisteskrank, die Scheiße, Mann. Holy shit, Alter. Das ist zum Bettgucken. Ja, aber dann... Genau dann habe ich reingeschaut. Ah, Mann, Digga! Ich schwöre, Digga, was ist das? Junge, das... Ey, ihr verarscht mich doch! Ihr wollt mich verarschen, ihr Wichser! Ich drücke jetzt nochmal! Zehnmal! Zehnmal habt ihr gesagt! Wenn du mehrmals auf deine Nase drückst, bist du tot. Okay, alles klar, dann drücke ich doch nicht. Junge, Alter, niemals mache ich den Scheiß noch mit, ey! Okay, einmal drücken, geht. Einmal zur Tür, dann Bett, dann andere Tür und so weiter, okay. Also, es ist 1 Uhr. Muss ich mich auch öfter mal umdrehen? Was ist denn eigentlich hier? Kann ich mich hier verstecken dann, oder was? Nee. Er kommt nachts um drei, okay. Kann ich nicht einfach rauslaufen, so nach Hause, oder? Also, weißt du... Kann ich mich in die Küche rennen? Er kommt um drei, okay. Dann kann ich wieder chillen und mein Lagerfeuer betrachten. Ey, stellt euch vor, Freddy ist einfach hinter mir. Ich würd den anspucken. Junge, was ist das für ein Spiel, Digga? Ich schwöre dich kack ab. Im Schrank ist Foxy und er kommt nach drei, okay. Also, ich muss jetzt auf Atmen achten, ne? Es ist gleich drei Uhr. Ich muss jetzt aufs Atmen achten und... Wenn er atmet, muss ich die Tür zumachen, ne? So war das. Okay. Stell dir vor, du bist Freddy. Das wär ein Plottwist, ne? So. Ich hör aber Schritte sogar, ne? Das ist so... Das ist so creepy, alter Leute. Was ist das für ein... Du musst aufs Bett gucken, sonst kommt Freddy. Also, ich muss so alle paar Mal so aufs Bett gucken, ne? Links sind Schritte? Ich hör rechts wieder was? Was? Oh, ey 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 ey! Hey! Hey! Wooh! Haha! Links! Rechts! 5 Uhr! Ich höre immer noch keinen Atmen, ne? Ich hab's gleich! Ey, bis wieviel Uhr muss ich überleben? 6 Uhr! Ich hab's geschafft! Was ist das für ein Spiel, Alter? Fuck, Alter! Das ist so... ...anstrengend! Anstrengend, Digga! Anstrengend! Welche Nacht ist das? Äh, Nacht 1 und ich bin... Ich spiel das das erste Mal, also... Deswegen... Wie viele Nächte gibt's? Vier anscheinend, ne? Also vier bis zur Party! Oh! Wir haben's geschafft! Easy! Nice! Jetzt macht das alles aber nur schneller! Ach du heilige Scheiße! Okay! Warte, wir müssen ihn erstmal finden! Hallo! Wieso hat der eigentlich keinen... Wieso hat der keinen Kopf, der Typ? Oh! Und wie? Der weint jetzt wieder auf dem Boden, anstatt... Anstatt sich auf dem Bett hinzulegen! Oh! Hallo! Hey! Wolltest du mich nicht... Wolltest du mich eigentlich nicht beschützen, du Arsch? Hey! Ey! Du bist die gut dreckig ab! Wieso weinst du schon wieder da unten? Ey! Wieso höre ich keinen Sound mehr? Easy! Das überlebe ich locker! Warum... Warum kann ich mich aber nix... Ich kann nichts machen, ich höre keinen Sound, gar nichts! Lies den langen Text gleich! Easy! Geschafft! Licht aus! Oh! Entschuldigung! Entschuldigung! Licht aus! Oder? Licht aus! Okay! Entschuldigung! Ja! Einfach nichts machen! Okay! Darf ich Licht anmachen? Hahahaha! 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 Darf ich nicht? Nein, ne? Hahahaha! Ich bin richtig asozial unterwegs! Ey! Mach Licht an! Hahahaha! Schau mal! Du musst ihn auf dem X treffen! Hä? Ah! Da steht gerade auf! Hä? Ich check's nicht! Ich check's nicht! Ich check's nicht! Egal! Night 2! Aber ohne Sound! Wo ist die Logik, Digga? Ich hab einfach keinen Sound! Wo ist mein Sound denn, Digga? Warte! Ich drück Escape und geh wieder rein! Ich bin ja eh Night 2, ne? Ich hab's nicht gecheckt, wieso ich jetzt plötzlich keinen Sound hab! Ah! Jetzt ist es wieder da! So! Night 2! Den ich geschieben hab jetzt lang! Okay! Einen Moment! Äh! Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine Tür dann umdrehen! Schrank dann umdrehen! Nächste Tür dann umdrehen! Wichtig! Du musst das schneller machen, sonst stirbst du! Wenn du ein Altmann hörst, Tür zu machen! Okay! Kann ich hier wieder bis, äh, kann ich hier wieder bis Nacht 3 chillen? envol! Ooooooooohhhhhhhhh! Das Diggaивать beginnt doch schon jetzt!? Oooh! Rechts Schritte! Okay. Es ist 1 Uhr, Leute. Okay, Schrank muss ich erst auf 3 Uhr nachts checken. Ich höre immer noch kein Atmen. Hau rein, eher selten. Dann wird es da was. Ey, 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 ey. Hund. Ey, ey. Verpiss dich. In der dritten Nacht kommt erst Atmen, oder was? Oh, 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 oh. Ich gehe immer so pennen. Ich renne immer alle zwei Sekunden zur Tür. Mach das schon anpassen. Uxubile. Junge, was ist das, Digga? Der, das ist doch unglaublich. Das kann man doch nicht gewinnen. Ey, ich bin gerade zur Tür gegangen. Und da ist er doch gekommen. Was soll ich denn machen? Okay, du musst drei Sekunden an der Tür warten, bis du was hörst. Alles klar. Diesmal machen wir es richtig, Leute. Ich habe schon wieder Schritte gehört, Alter. Also immer an der Tür ein bisschen warten, ne? Ey, ey, ey. Ey, ey. Ich höre rechts Schritte. Oder war das links? Oh Mann, Digga. Wie geht das, Digga? Das ist kein Atmen. Das sind Schritte, ja, Selimi. Hä? Junge, wie? Ich fick mein Leben, Alter. Aber warum ist er jetzt einfach gekommen? Darf ich die Taschenlampe nicht anmachen, oder was? Ah! Junge, du musst warten. Ihr sagt mir... Ihr sagt mir, ich muss alle ganz schnell machen. Also ich habe bis jetzt nicht einmal ein Atmen gehört. Okay, Licht ist erst später. Haben diese Schritte was zu tun? Ah, Digga. Ich schwöre es euch, Digga. Oha! Das Atmen ist voll leise. Ey, ich gehe gleich live und erkläre sie dort alles. Alles klar, Digga. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es hundertprozentig verstanden, Leute. Alles gut. Ich habe es jetzt verstanden. Sorry, Leute. Ich bin noch neu in diesem Spiel. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ah, wen willst du verarschen? Ich bin noch neu in diesem Spiel. Und ich habe es jetzt... Ich denke, es aumento in diesem Spiel. Also, ich habe es impact auf dem Spiel. Ich gebe dir vom Spiel. Ich bin noch, ich habe es schon ganz discussions. Ich gebe euch das. Und ich habe ein kleines. Ich habe das Problem. Ich habe es europäisch. Und ich habe das Problem. Ich habe es nur gehen. Genome, ich habe es darum und ansonstration. Vielen Dank. Um 3 Uhr muss ich auch in den Schrank, ne? Um 3 Uhr muss ich auch in den Schrank, ne? Um 3 Uhr muss ich auch in den Schrank, ne? Um 3 Uhr muss ich auch in den Schrank, ne? Um 4 Uhr muss ich auch in den Schrank, ne? Um 4 Uhr muss ich auch in den Schrank. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Ich habe die Tür zugemacht, drei Sekunden, und hab Lein geräuchtet. Eigentlich dürfte er nicht kommen. Boah, Digga, das ist so anstrengend, Alter. Nicht mehr normal. So, bisschen länger bei ihr warten, ne? Verpiss dich, du Hund. Verpiss dich! Boah, die sind alle so nah. Easy bis jetzt. Zwei Uhr. Nur auf den Sound hören. Nur auf den Sound hören. Oh! 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 Oh. Drık. Drık. Du. 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 Vielen Dank. 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 Ich habe Angst. Vielen Dank. Vielen Dank. Digger. Wer seid ihr, ha? Yeah. Yeah.